Moinsen ihr Lieben und Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute endlich mal wieder mit einer neuen Runde. Ja Lieben, wir haben hier Thailand-Wintergrund am Start und ich bin gespannt, wie die iRank-Matches von Thailand laufen. Und ich bin aktuell auf 1500 MMM. Schreibt mal gerne in die Kommentare, in welchen Rang ihr euch eingelangt habt. Mich würde es interessieren. Vielen, vielen Dank für den ganzen Support und für die ganzen Glückwünsche für das Baby. Im Video geht es mittlerweile immer noch sehr, sehr gut. Alles gesund. Gott sei Dank. Was ich noch sagen wollte, ist, dass ich bald ein Merchandise habe über YouTube. Das bedeutet, dass über dem Video quasi mein Merchandise zu sehen ist. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr mich nur unterstützen und einen AGTV-Pulli oder T-Shirt kaufen. So Leute, genug geredet. An dieser Stelle legen wir los. Let's go. Du bist auf der Suche nach Rocket League-Items, weißt aber einfach nicht, wo du sie kaufen sollst? Bei meinem Partner AOR.com kannst du alle Rocket League-Items kaufen, das zu einem sehr günstigen Preis. Und wenn du mich dabei unterstützen möchtest, kannst du noch zusätzlich meinen Code AGTV eingeben und 6% sparen. Viel Spaß mit dem Video. Oh, gegen Otis. Let's go. Weg, Digi. Oh, Clip it, Bro. Clip it, Bro. Clip it, Bro. Oh, Clip. Flipp ist das? Ich habe es verstanden. Open that, Dani. Schöne Pass, Bro. Nice. Jedes Mal, wenn wir es so machen, müssen wir es mal einen fetten hierher machen. Left. Left. Ja. Ja, spielt ihn. Siehst den Effekt, den ich boome ihn. Boome nicht. Kein Boost. Nice. Nice. Bin mal dran. Ja. Okay, das war lost. Bin tot. Äh, ich glaube, er verfolgt mich. What the fuck? Ich habe keinen Boost, Bro. Ja, alles gut. Ich habe Zeit. Oh no, ich dachte, ich habe Zeit. Aber imagine, der ist der letzte Mann, ne? Guck mal, guck mal. Der Typ ist lost. Auf der Underwall. Und der geht einfach drauf. Das ist, das, das glaubst du manchmal gar nicht. Clip it. Wo ist der alte Thailand? Wo ist der alte Thailand? Da ist er. Let's go. 2-1. Sehr nice. Sehr nice. Fake, fake, fake. Pssst. So laut. Fake. Was für laut, Mann? Ja, my bad, man. Kein Ding. Das kann man nicht mehr. Bro. Hätte ich denn in Richtung Tor schießen müssen? Nein, etwas leichter. Ich weiß gerade einfach nicht, was ich sagen soll. Mir ist der Controller ausgerutscht, Bro. No problem, man. Bro, hast du gesehen? Der Moment? Ich konnte nichts steuern. Rechts. I'm so fucking sorry. Ich kriege keinen Ball kontrolliert. Nice, Thailand. Der hat mich nicht gebumpt. Oh no, du bist nicht hin. Fuck, I'm sorry, Bro. Du bist am Arsch. Du bist sowas von am Arsch. Ja, er hat ihn nice. Bumpte Deutsch, wie ein König. Jetzt, watch this week. What? 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 Sage ja, Bro, schnell. Yeah. 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 What's been farid, Bro? Thank you, man. Geil, man. Not bad, not bad. Follow. Nein, ich hätte rechts gehen müssen. Hab ich, hab ich, hab ich. Arsch drin auf ihn? Ob net auf Thailand? Nice. Thailand war eine Maschine. Ich bin links. Come on. Für den Clip. Mal gucken, ob ich es irgendwann mal hinkriege, diesen Faker. It's gone. Oh, Daniel. Danny. Oh. Oh. Danny. Danny. Block. Oh, Kaffee. Oh, der ist für dich, oder? Ja. Hello? Ich bin hinter dir. Okay, den musst du haben. Bin ich da hinten? Oh. Oh. Ähm, er wäre so rein. Ich will links. Okay. Attention. To me. Nice. Oh, das war mein Freund Thailand. Sorry, Thailand. Oh, open. Danny open. Ich bin nicht da. Ich kann da nichts reinboosten. No problem. Ich nehme dir. Perfekt. Kannst du hin? Ich hab dir Mitte gelassen. Ja, das ist deiner. Ich lass ihn bouncen. Nice. Ich bin Mitte. Ich bin Mitte. Oh. Ja, ich read it, read it. Read it, Danny. Read it. Digi, das hab ich nicht erwartet. Nochmal gehst du für jeden Ball. Jetzt hast du auf einmal keinen Fuß und sagst, read it, bro. Don't panic, bro. Hab ich nicht. Ich hab gechillt. Ich hab so oft nicht gewartet. Komm, je. Ja, let's go. Oh, ja. Bist du ready? Bist du ready? Oh, ich bin ready? Soll ich hoch oder was soll ich tun? Sag's mir. Watchen. Watchen. Watchen, sagt der. Oh, Danny. Oh, no. Okay, 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 okay. Ready für dich. Oh, es spielt zu dir. Open. Inher dir. Zu mir. Für dich. Absolut scheiße, aber okay. Ja, ist absolut bullshit gewesen. Ah, hab ihn. Nice. Für dich. Deine Ab. Ich gehe, ich gehe. Für dich bist du ready, Danny? No way. Oh. Ah, das war, wäre der durchgekommen, wäre das was, oder? Ja, ich denke schon. Du kennst mich ja, du weißt, wie ich spiele. Das ist halt so ein AG-TV-Move. Mal klappt's mal nicht. Nice. Nicht paniken, Thailand. Einfach immer ruhig bleiben im Defense. Ja, ja. Ja, ja. Ich wollte dir gerade einfach mal nochmal sagen. Ja, ich bin tot, Mann. Fuck. Thailand, bist du da? So, der Pop. Aus. Wenn ich nicht dachte, passt mir. Äh, das war ein Pass. War halt ein AG-TV-Pass. Oh, hab ich, hab ich, hab ich. Oder geh du. Neuen Boost. Ich gehe runter. No way. Das war so, wir haben einen neuen Boost. Oh, oh. Hast du, hast du. Hab ich, hab ich. Nice. Gut. Okay. Okay, ich hole Zeit raus. Ich hole Boost. Das ist gut, gut. Ich bin im Defense, Bro. Ja. Ich gehe, ich gehe. Danny, ich habe ihn so weggebrannt, Danny. Deine Time. Deine Time, Danny. Äh, no Boost. Ah, 100 Boost. Ja, du hast meinen Boost. Oh. Da war ne, ist der Baum. Äh, der Baum, der Schott. Guck mal, jetzt weiß ich, wie der mir passt. Hopp. Popp. Danny. Oh, Skull, Baby. Nein. Let's go. Ja, aber erstes Match war nice. Hat Spaß gemacht. Erstes Match war nice. Wir sehen uns im zweiten, Leute. Bis gleich. Ja. Zweites Match. Hello, there. Und jetzt gerade. Jetzt gerade. Weg, weg, weg. Schreck. Oh, das habe ich so gesehen, dass dieser Typ. Heller? Oh, no. Jetzt müde, glaube ich. Aber hinter ihm. Ich bin weg, bin weg. Sorry, sorry, ich bin weg. Alles gut. Oh, what a verzogen? Oh, nice, Schott, aber das ist das falsche Tor, Bro. Ja, Bro. Passiert, passiert. Sag einfach immer, Controller ausgerutscht oder du Fake oder sowas. Sind die AG TV Moves, weißt du? Bin links. Ja, ja, ja. Links. Oh, oh, Danny. Oh, du siehst mich aber eigentlich, oder? Bist du ready für den Clip? I'm ready. Ich bin ready. Oh, mein Gott. Bitte sag, du hast den Flip-Reset absichtlich nicht getroffen. Ich hatte zero Boost, Bro. Guck da. Oh, mein Gott. Ja, gut, das hat ihn... Das ist... Flip-Reset-Fakes sind absolut böse. Absolut böse. Hab ihn. Hey, ich... Äh, ich follow. Ich geh, ich geh. Ja. Ich weiß, Heiner, du gehst immer. Wazwürden gehst du immer. Ist das dir schon aufgefallen? Ja, ich hab's mal im Video gesehen. Du hast irgendwie gesagt, dass ich immer follow und immer da bin. Immer. Und wenn dieser Ball an der Seite ist, du gehst immer hin. Musst du haben. Ja, ja. Auch diese Eckbelle, ne? Bin ich immer. Ja, ja. Das ist mein Boost. Ich hab das irgendwie von Astral, deswegen. Mach ich das immer. Keiner? Oh, so ein Boost, man. Ja, ich weiß nicht. Wir gewinnen. Wir gewinnen. Das ist noch genug Zeit, auf jeden Fall. Er hat da, glaube ich, direkt... Er hat auf mich gewartet. Er hat auf mich gewartet. Rechts, rechts, rechts. Rechts. Oh, nice. Klippit. Boah, er ist schön oben. Oh, Mist. Er ist, er ist, er ist. Ich nehme einfach seinen Boost. Mirjoka. Nächste? Bist du da? Ja, ich bin sowas von da. Hab ich ihn getouched? Nee. Nö. Hast du? Oh, bang it. Ich geh. Für dich? Ja, ich bin nicht da. Oh, no. Was will der jetzt hier? Was räumt der? Keiner. Ich geh. I need a Boost, bro. Oh, no. Ich wollte nicht. Hallo? Dein Brain ist kurz eingefroren. Bleib mal dran. Sie gehen schon extrem aggressiv drauf, oder? Jo. Bin left, falls du irgendwie... Oh, need it. Oh, no. Ich freejump den mal, okay? Ja, komm mal rein. Und der. Oh, yeah. Die Ha-Giha. Ja, Mechaniker. Ich bin heute wieder so Mechaniker. Spürst du die Mechaniks? Ich spür sie. Ich spür sie, man. Links. Danke. Oh, no way, man. Äh, don't panic, don't panic. Was ist da passiert? Das sind die IQ-Bums. Ich guck jetzt mein Bum, mein Flick und mein Bum. Guck hier, Bum. Bum den Typen weg. Oh. IQ-Bums. Kenn ich so gar nicht. Muss ich mir auf jeden Fall nochmal anschauen. Nein, Digi. Doch, fake, Digi. Guck. Ich konnte nicht spielen. Ich konnte nicht spielen. Fuck, fake. Das ist so ein Side-Flip, den du gar nicht geplant hast. Das sagst nur du. Ja, ich sehe wieder die Hauptsman. Oh, ist ein Safe. Weiter, weiter, weiter. Hab ich, hab ich, hab ich. Null? Ja. Sehr nice. Immer noch null. Pol. Ähm. Geplant. Muss ich sagen, Controller ausgerutscht. Deine, hast du. Controller so. Ja, aber my bad. Ist my bad, ist my bad. Controller war bei mir ausgerutscht, ehrlich. Oh man, links, come on. Weiter Weg nach links. Oh yeah. Oh, hab ich. Oh, was für eine Annahme, Alter. Oh, ey, warum geht er ans Backboot? Ich will grad double tippen. Hast du den? Ja, ich bin durch, ich bin durch. Oh, ich fühle mich heute mal wieder zu Mechanical. Ich fühle mich, ja, heute schon wieder zu Mechanical. Die Annahme war lecker, oder? Die Annahme war richtig lecker, ich habe ihn. Ich follow. Ich follow. Ich bin da, ich bin da. Ich bin ganz zurück, Denny, ich bin ganz zurück. Nimm ihn an. Jo. Jo. Ein bisschen. Jo, fake. Jo. Hast du den? Der ist da. Jo, jo, jo. Nice, da nicht paniken. Zu mir an. Oh no. Oh Gott sei Dank. Hab den Boost. Sag Annahme. Boom. Turn instantly. Bei Boost. Die haben halt ein Gehirn wie ein Stein, deswegen, wenn man wie ein Gehirn wie ein Stein spielt, dann konnten die alles. Oh ja. Flip Reset, Bro. Oh, das war lecker. Das ist, das ist richtig lecker hier. Muss ich irgendwann auch mal machen. Komm, Thailand. Heute machen wir XXL-Folge. Machen wir noch ein drittes Match, oder? Noch ein drittes Match. Oh yeah, das machen wir. Oh, das hast du zu spät gesagt, im Sorry. Und auch gemeint. Open. Ganz in Ruhe, Bro. Auch open. Da war gar nichts open. Got the Boost, man? Ja, hinter dir. Wipreset, Deiner. Bump ihn, bump ihn, bump ihn. Ich hab ihn nur gesetzt. Mach ihn, mach ihn, mach ihn, mach ihn, mach ihn. Yeah. Also, wir machen XXL-Folge heute. Drei Matches. Oh, sehr nice. GG's. Das war das zweite Game, Leute. Deiner, mach ihn. Würde ich sagen, sehen wir uns zum dritten Special-Runde, ne? Ja. Da muss ja natürlich auch was Special-mäßiges passieren. Let's go. Let's go. Let's match XXL-Folge. Ja, faking, faking. Nicht so laut, Bro. Oh, die XXL-Folge hier mit einem sehr, sehr schönen Faker. Nice. Sehr, sehr nice. Let's go. Guter Start hier. Guter Start mit rechts. Direkt wieder ein Fake. Ah, nee, du bist ja rechts. Nice. Oh, der ist so gut. Der ist so gut, Danny. Du siehst mich? Ja, ich hab keinen Boost, Mann. Was? Du sagst, du siehst mich, ich spielte. Du sagst, du hast keinen Boost? Schade. Ja, weil ich den Boost gemisst hab, Danny, Bendy. Ich nehm hinten rechts. Ich hab ihn, ich hab ihn. Ja, ich weiß. Oh, warum bau uns der King's ceiling? Okay, er misst. Und du misst, schade. Oh, nice. Nice gemacht. Das ist eigentlich schade hier. Sorry. Oh, ja, nice gemacht. Ja, 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 ja. Ich bin rechts. Oh. In den 50? Marvin? Nein, Bro, das war so clean. Ah, da muss ich danke schreiben. Hä? Es hat so gelaggt. ich dachte ich muss gehen ich hab dich nicht gesehen egal ist doch die xxl folge passiert bitte okay ich gehe ich gehe rule number one das war nice diese kontrolle einfach ja man links diesmal links die ist mal links oh nice let's try nooo vorsicht er wird schießen ja oh ich hab den Busse oh danny 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 oh helle hab dir noch um den arsch gepasst jetzt so bambus bitte muss er lässt mich im stich man aber danny ist aber da es wird er könnte drin sein nein er ist zu fest du hast mir den rücken gepasst ja ich kann jetzt nicht den flippen set wie ein lenkrad steuern ne das ist ein bisschen random ich hab irgendwie versucht sie zu resetten aber alles gut fake 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 oh ne rechts okay klipp und im wenigsten dann yeah 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 er kommt zu dir glaube ich ich hab mich gebombt und den Busse bekommen wenn du jetzt den Banker kriegst in der Mitte komm ich bin ab Mitte du bist ab ja ich bin oben ich bin oben gewesen weg mit dem nein faking du sagst zu mir vor cheater guck mal dich an boost hack oh oh ja gut der geht schon der geht schon auf seite oh was eigentlich das game würde ich mal sagen oder ja alter xxl folge hier aber richtig ja klar get off my way get off my way sagt er tschüss mach einfach wo er den damen teilern oben gesehen hat ist vorbei ja bin rechts jo eigentlich kann man wenn man so zu zweit nebeneinander steht auch faken das wäre theoretisch möglich eigentlich boom oh to me oh i backflip i backflip you got it nice ich bin im Tor uff bin im Tor hin einfach nur hin einfach nur hin bleib ruhig bleib ruhig guck mal siehst du das ja ja mach mal den hier zack mach mal den hier mach mal einen Touch control oh schade ich gehe nach hinten er wird schießen der wird mich nur nehmen ich mach das nice gemacht okay was ist das für ein game was sind das die gegner oh nice endet mein boost 50 oh Danny sorry oh gut oh gut wir gewinnen ja wir sind vorne alles gut wir sind vorne ich will die für rechts noch mal ein last clip jetzt hier ja ich habe nicht gespielt du warst das nicht ich bin ab ja habe ich nicht mehr bekommen Bum oh 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 nice huh Bouncing up scored oh oh that's safety um bad faking ja ready for the end clip ich bin bereit Bum das ist mein 50 für dich bang it to me pinch 6 2 special match war richtig nice ich glaube wir haben keinen bock mehr die spielen zu Ende die spielen zu Ende die wollen noch mal nach rechts ach so hey wieso sehe ich dich nicht ich bin rot-blau blind richtig blüben okay hast du den du hast nicht so viel boost gehabt null boost ich probier es ich probier nur hoch ich hab den nicht boost ich hab den boost oh ich hab ihn ein Tor muss noch GG's hat Spaß gemacht war mega war mega Brot physically puss 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 p regain puss 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 puss